Die Instrumententafel fasst die für ihre Fahrt wichtigsten Informationen zusammen. Im Wesentlichen besteht sie aus einer Geschwindigkeitsanzeige, einem Drehzahlmesser und einem Bordcomputer. Er informiert sie über den Betriebszustand ihres Fahrzeugs und warnt sie bei Störungen mittels Leuchtanzeigen und Meldungen. Der Bordcomputer zeigt Informationen an, die für ihre Fahrten nützlich sind, wie Kraftstoffstand, durchschnittlicher Verbrauch und verbleibende Reichweite. Um die Informationen durchlaufen zu lassen, müssen sie nacheinander kurz auf einen dieser Schalter drücken. Einige der Informationen über ihre Fahrten können sie auch zurücksetzen, indem sie etwas länger auf diesen Schalter drücken oder mehrmals hintereinander auf einen dieser Schalter drücken, bis die Anzeige auf Null gesetzt ist. Der Bordcomputer zeigt ihnen überdies auch mittels einer Meldung oder eines Symbols an, dass eine Funktion aktiviert oder deaktiviert ist. Beachten sie schließlich, dass eine rote Leuchtanzeige im Allgemeinen bedeutet, dass sie ihr Fahrzeug anhalten sollten, sobald es die Verkehrsverhältnisse zulassen. Eine orangene Leuchtanzeige hingegen zeigt an, dass ein Eingriff ihrerseits oder seitens eines Vertreters der Fahrzeugmarke erforderlich ist. Das ist eine Rote Leuchtanzeige. 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 Das ist eine Rote Leuchtanzeige.